Oh, Hoheit! Hey! Na, mach dir etwa gerade Pause, Hoheit? Schön wär's. Wieso, willst du uns etwa einspannen? Keine Angst, das hatte ich eigentlich nicht vor. Hast du viel zu tun? Hm, ja. Aber heute lieg ich ausnahmsweise nicht unter der Motorhaube. Ich muss los und etwas besorgen. Ich hab nämlich ne ziemlich interessante Information aufgeschnappt. Geht um ein unheimlich seltenes Autobachs. Das wäre genau das Richtige für den Regalier. Wollt ihr gerade los? Sollen wir nicht lieber gehen? Was? Ist doch für den Regalier. Eigentlich schon, aber... Na gut. Warum eigentlich nicht? Es wird aber gar nicht leicht, es zu finden. Wieso? Weil es irgendwo unterwegs vom Laster gefallen sein soll. Wir sollen also nach dem Wachs suchen und es dann zu Sydney bringen. Soweit ich weiß? Unglaublich! Sydney wollte die Arbeit eigentlich für uns erledigen, oder? Ich werde es finden. Lass nichts liegen. Okay. Na dann, sehen wir uns mal um. Na dann, sehen wir uns mal. Das Wachs muss irgendwo hier liegen. Ja, suchen wir. Machen wir Licht. Aus meinen Augen, da wären wir also. Hier, bitte. Ha, perfekt. Ja. 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 ausgenockt keine verletzt wie es scheint dann wollen wir mal weiter los geht's ja ich brauche hilfe zum befehl wie fandst du das sauber auf welcher seite stehst du war keine absicht deine zeit ist rum hätte mir mehr erwartet trotzdem nicht nahe genauso unser eignis überrascht ja legt los ja aber hallo Oh! Oh! Was sagt der Wetterbericht? Wolkenlos und steigende Temperaturen. Schön. Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wie wär's mit ner Pause? Sollen wir einkaufen gehen? Auf geht's! Nockt, komm schon! Ihr habt es gefunden! Klasse! Hm, es ist sogar besser erhalten als erwartet Dieses Wachs reduziert den Luftwiderstand der Karosserie Dadurch verbraucht der Regal ja weniger Sprit Ach ja? Naja, ihr müsst mir das nicht glauben Jedenfalls sagt man diesem Wachs solche Fähigkeiten nach Aber, selbst wenn es nicht stimmt, schützt es die Karosserie Echte insomnische Qualität eben, was? Als vor 30 Jahren der Wall errichtet wurde, wurde es nicht mehr importiert Kurz darauf war es überall ausverkauft Großvater ist ja auch nie wieder nach Insomnia gefahren Darum hab selbst ich es nur ein paar Mal gesehen Ihr solltet den Regal ja damit wachsen Vielleicht verbessert es ja tatsächlich den Benzinverbrauch Also, wenn ihr es ausprobieren wollt, sagt Bescheid Nanu, habt ihr heute nichts zu tun? Geht so, warum? Können wir dir womit helfen? Nett, dass du fragst Ich hab ne ganze Menge Arbeit am Hals Aber, irgendwie schaff ich das schon alleine Komm, wir sind dir was schuldig Hm, na gut Aber ich bezahl euch für die Hilfe Könntet ihr für mich vielleicht nach Erd suchen? Vielen Dank, wirklich Ihr Jungs würdet tolle Jäger abgeben Hm, also Das wird zu Autolack Das lass ich besser raffinieren Ich sollte Holly anrufen Heute wird das nichts mit schlafen Echt jetzt? Ja, ich hab ne ganze Menge Autos in der Werkstatt Hier, Horat Wie versprochen Die Belohnung Der Sticker ist für den Regal ja Soll ich ihn gleich anbringen? Hoheit, habt ihr Jungs kurz Zeit? Hm, spannst du uns wieder ein? Na, da hab ich aber einen Ruf weg bei euch Ich brauche aber tatsächlich Hilfe Ich suche etwas Kein Problem Einer von uns kann's gar nicht abwarten, dir zu helfen Nicht dein Ernst Naja, egal Ich brauche Material zur Langversiegelung Der Jäger, den ich mit der Lieferung beauftragt habe Hat es nach ner Pause unterwegs tatsächlich liegen lassen Um ehrlich zu sein Hab ich das Material für den Regal ja bestellt Wenn ihr es findet Dann poliere ich euch den Wagen damit Überraschung Wir haben neue Teile reinbekommen Was darf sein? Mehr hab ich im Moment nicht auf Lager Welches Design möchtet ihr gerne? Welche Teile wollt ihr denn verbessern? Bist du dir sicher? Dann mach ich mich mal ans Werk Diesmal hab ich mich selbst übertroffen Und dann mach 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 ich mich selbst übertroffen wie die leute hier draußen wohl über insomnia gedacht haben gute frage sachen aus insomnia waren scheinbar ziemlich rar sogar 30 jahre später reißen sie sich um sachen aus der hauptstadt ein zeichen unserer isolation ja stimmt jäger übernehmen auch lieferdienste sicher nebenbei wenn sie eh schon unterwegs sind ja kein wunder dass sie die lieferungen bei der aufregung vergessen schon lästig für die leute wenn sie nachts nicht raus können Untertitelung des ZDF, 2020 Wer will was essen? Gehen wir irgendwo rein? 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 Riemen gern! Jetzt wird's ernst! Gladio, leg los pronto! Meisterhaft, Gladio! Auf dich ist Verlass! Verschwinde! Nimm das! Los jetzt! Exzeptionell! Was ist es? Was hast du, Ignis? Mir ist ein neues Rezept eingefallen! Ja! Da freue ich mich drauf! Los, Kleiner! Na dann mal los! Wie oft denn noch? Lassen wir die Waffen sprechen! Ja! 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 Sehr aufmerksam! Ja! 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 Okay! Obacht! Los jetzt! Wir sammeln uns neu! Klar! Jupp! Derartige Probleme habe ich nicht vorausgesehen. War nett, euch zu kennenlernen. Ich bin derartige Probleme. Ich bin derartige Probleme. Ich bin derartige Probleme. Derartige Probleme hat... War ja auch ein harter Kampf. Das scheint es zu sein. Was meint ihr? Ja, ob das wirklich so gut ist? Sidney meinte, es wäre für den Regal hier. Ich bin derartige Probleme. 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 Aber das ist ein andereseseseseseseseseseseseseseseseseseseses. Wenn ihr den Regal ja damit poliert, wird er nicht so schnell dreckig. Ein Muss für jeden wahren Autoliebhaber. Macht schließlich mehr Spaß, in einem sauberen Auto zu sitzen. Ah, Hoheit. Botengang? Hast mich durchschaut. Ja, ein Botengang. Mir ist eine ziemlich interessante Info zu oben gekommen. Geht um einen Turbolader. Interesse? Das Teil ist äußerst nützlich. Ist zwar schon gebraucht, aber in gutem Zustand. Ein Kunde hat es aus seinem alten Auto ausgebaut, aber keinen Abnehmer dafür gefunden. Wollt ihr es abholen? Oh, gutes Timing. Ich hab neuen Lack im Angebot. Was darf's sein? Welche Teile wollt ihr denn verbessern? Sucht euch ne Farbe aus. Oh. Letz適 hers. Oh. Veits feels so big. Bist du dir sicher? Den Rest übernehme ich Und? Entspricht das euren Vorstellungen? Ha! Wir können nicht direkt hinpornen, das ist wo auf der Karte? Ich bin links Da ist uns zu irgendein Punkt auf dem Map-Port in der Nähe ist Wo geht das? Da können wir hin Müssen wir den Rest mal fahren Ich bin links Und da ist uns zu sein Ich bin links Ich bin links was machen wir jetzt hören wir uns ein wenig um das ist noch zur entscheidung lasst nichts liegen okay so los geht's so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Niemand eine Idee? Was ist es? Was denn? Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Oh, da freue ich mich drauf. Ah, das muss er sein. Okay, dann schnell zurück zu Sydney in die Werkstatt. Ist wirklich lieb. Lieb von Sydney. Okay, jetzt hatten wir das Lackierunggewächs. Und den Turbolader. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt noch mehr machen können mit unserem Level. Ob sie da noch eine Quest hat. Was denn? Amen. Alles okay? Habt ihr den Turbolader? Ja, haben's geschafft. Klasse! Ich hab Großvater schon gefragt, wie man ihn einbaut. Kann das jederzeit erledigen? Hoffentlich macht sich der Unterschied bemerkbar. Ich will ja nicht, dass ihr umsonst solche Mühe hattet. Also, ich baue ihn euch jederzeit ein, okay? Hoheit, habt ihr Zeit? Ja. Diesmal will ich die Augen des Regalias, also die Scheinwerfer etwas verbessern. Ach ja? Mag sein, dass sich das nach einer Nebensächlichkeit anhört, aber gute Scheinwerfer werden euch die Reise erleichtern. Leider gibt es das Zubehör, das ich brauche, nicht überall. Es ist aus insomnischer Herstellung. Natürlich wird es jetzt nicht mehr hergestellt. Ja, in Insomnia steht alles still. Nein, äh, so meinte ich das nicht. Es ist zwar schade, dass sie hier draußen so rar sind, aber die Qualität ist einzigartig. Es tut mir leid, dass ich euch schon wieder Arbeit aufhalse, doch ihr müsst diese Scheinwerfer unbedingt für den Regalier haben. Der Regalier beschützt euch schließlich. Ihr dürft mir die bitte einfach nicht abschlagen, okay? Verstanden. Oh, gutes Timing. Ich hab neuen Lack im Angebot. Was darf's denn heute sein? Hm, die Turbo-Alert. Welche Teile wollt ihr denn verbessern? Bist du dir sicher? Überlass das mir. Diesmal hab ich mich selbst übertroffen. Und ich hаничene Essen. Ich hab meinen lach.